Seit 1998 gibt es dieses Projekt Schiller und da war sicherlich noch nicht tatsächlich darüber nachzudenken, ob man seinen eigenen Namen verwendet, aber mittlerweile schwankt es ja immer so ein bisschen hin und her. Das Projekt ist zu der Einzelperson über die Jahre natürlich geworden und vielleicht würde der Schiller manchmal auch unter seinem eigenen Namen mehr in den Vordergrund treten oder ist das eine schöne Tarnung auch? Ja, ich glaube Schiller ist ein Künstlername auf der einen Seite. Es begann als Projektname, muss ich sagen, denn ich habe vielleicht, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, noch nicht richtig gewagt, mich als Künstler zu bezeichnen. Deswegen wäre es mir auch glaube ich nicht eingefallen, Schiller als Künstlername zu definieren. Aber über die vielen Jahre und über das, was ich gelernt habe in der Zeit und das, was sich entwickelt hat aus dem Projekt Schiller, würde ich doch heute so mutig sein und vorschlagen, dass Schiller mein Künstlername ist. Es ist ja interessant, wenn man in Wikipedia geht, da ist ja der Friedrich schon fast in den Hintergrund gedrängt und dieses Musikprojekt ist gleichwertig sozusagen sofort zu finden. Ich weiß es gar nicht genau, weil ich mich selber relativ selten google, aber ich habe das schon ein, zwei Mal gehört. Das freut mich natürlich auf der einen Seite, denn es wird mir natürlich nie gelingen, die wirkliche, die wahrhaftige Relevanz von Friedrich Schiller auf irgendeine Art und Weise zu relativieren oder gar abzulösen. Aber ich finde es natürlich toll, dass mit dieser Konstanz, mit der ich seit vielen Jahren nun Musik machen kann und ja auch, dass das Publikum mir relativ treu bleibt dabei, dass deswegen Schiller, also der Künstler, der Musikkünstler Schiller doch auch immer noch oder vielleicht sogar mit steigender Tendenz eine gewisse Präsenz hat. Der eine ist ja auch für das Wort zuständig und der andere Schiller ja für die Töne. Und da sind ja dann andere Namen zu nennen, die sozusagen Pate stehen. Also ich denke auf der einen Seite an Evangelis oder auch an natürlich an einen Jean-Michel Jarre, der sicherlich pathisch gestanden hat bei dem, was jetzt Schiller bedeutet an dieser Stelle. Jarre ist ja auch einer, der über Jahrzehnte sehr viel in der visuellen Umsetzung der Musik geschaffen hat. Inwieweit kann man darauf aufbauen? Ja, ich bin natürlich musikalisch sozialisiert worden und geprägt worden von Künstlern wie Jean-Michel Jarre oder Evangelis oder auch Tangent Dream hier aus Berlin. Nein, das kann ich gar nicht verleugnen. Und das sind im Prinzip die Künstler, wegen der ich überhaupt zur Musik gekommen bin und natürlich erst recht zur elektronischen Musik. Natürlich schaut man auch, was haben denn die früher gemacht, um ihre Musik auf die Bühne zu bringen. Denn elektronische Musik beziehungsweise elektronischen Musikern, wenn man so will, beim Musizieren zuzusehen, ist ja erstmal nicht besonders aufregend. Es gibt keine schweißtreibenden Gitarren-Soli. Es gibt eigentlich keinen Frontmann, der wie ein Dervisch über die Bühne wirbelt. Weswegen natürlich gerade diese genannten Künstler schon auch vor, schon viel früher als ich vor der Situation standen, wie kann ich denn eine Live-Aufführung so gestalten, dass es trotzdem auch visuell einen Reiz ausübt. Dann kann man das natürlich auf der einen Seite versuchen mit möglichst viel Material, möglichst viel Menschen auf der Bühne. Vielleicht auch in Richtung Cirque du Soleil, Artisten, was auch immer. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, in die man das bringen könnte. Oder man kann versuchen, sich auf das Thema Licht zu konzentrieren und zu versuchen, wirklich eine stimmungsvolle Visualität in die Konzerte zu bringen, die jetzt nicht unbedingt nur eine reine Materialschlacht sein soll oder ein reines Angeben-Wollen mit der höchsten Anzahl von Scheinwerfern, die jemals auf einer Bühne standen, sondern die Musik unterstreichen, unterstützen und die so das, was die akustischen Reize ausmacht, die wirklich die Audio, die audiophilen Klänge noch eher betont als kontekariert. Denn das menschliche Auge nimmt ja den großen Teil, den größten Teil unserer internen Datenautobahn in Anspruch. Wenn man also zu sehr, wenn man also zu dick aufträgt, dann ist das Auge zwar sehr froh, weil es ganz viel zu gucken gibt und ganz viel zu sehen gibt, aber das Ohr wird etwas, kommt zu kurz. Deswegen ist mir bei den Schiller-Konzerten diese Balance sehr wichtig, dass es natürlich schon was fürs Auge gibt. Vielleicht ein bisschen Eye-Candy, also ein bisschen Zuckerwatte für die Augen. Aber auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel und auch nicht zu stark, damit der Hörnerv nicht überreizt wird, beziehungsweise nicht stillgelegt wird. Das Album, das neue, ein Doppelalbum, ist bravourös auch gleich wieder in die Charts eingestiegen. Wie ich gesehen habe, es ist in diesem Fall ja doch etwas anders als die vorangegangenen immer wieder ein Thema. Das ist ihnen ähnlich von einem Album zum anderen. In diesem Fall ist es der klassische Aspekt, der im Vordergrund steht. Also Opus sagt das ja schon und es basiert auf Dingen, die aus der Klassik irgendwie hängengeblieben sind, die interessant waren, dass man darauf herum experimentiert und etwas Neues schafft. Wann kam diese Idee? Die Idee war eigentlich schon seit vielen Jahren immanent, aber hat sich bis jetzt immer nur fragmentarisch einen Weg gebahnt. Es gab schon vor elf Jahren eine Schiller-Single, die hieß Ein schöner Tag und basierte auf der Arie Un Beldi, was auf Italienisch Ein schöner Tag heißt, von Osmar Dam Butterfly, von Puccini, also auch eine richtige Opern-Arie, wenn man so will. Es gab die Kollaboration mit Lang Lang, was zwar eine Eigenkomposition von mir war, aber Lang Lang als Protagonist aus der reinen Klassik, war auch im Prinzip schon eine Berührung mit der klassischen Festung, wenn man so will. Es tauchte immer wieder auf. Es gab Aufnahmen mit Orchestern, mit dem Filmorchester Babelsberg, mit den Streichertrios. Das hat mich immer gereizt scheinbar. Und jetzt war es dann nach dem letzten Album Sonne, welches ja mal gerade ein Jahr veröffentlicht ist. Es ist also dieser eigentliche Schiller-Tonus von zwei Jahren ist somit erst mal verändert worden, dass es zum ersten Mal nur ein Jahr Abstand gab. Dann noch ein Doppelalbum. Dann noch ein Doppelalbum, ja. Und es hat sich einfach so ergeben. Es gab jetzt gar keinen wirklichen Aha-Moment. Ich bin weder ausgewiesener Klassik-Kenner, noch bin ich ausgewiesener Klassik-Fan. Aber die Tiefe, die in diese Melodien steckt und die Vertrautheit, aber auch die Zeitlosigkeit haben mich scheinbar doch immer wieder stärker gereizt, als ich es vermutet habe. Und das hat dann dazu geführt, dass es jetzt zum ersten Mal ein Schiller-Album gibt, was sich relativ intensiv mit einer musikalischen Ausgestaltung beschäftigt. Jetzt hat es ja schon diese Kontakte zu Klassik-Interpreten gegeben. Insofern war es vielleicht auch gar nicht so schwer, neue zu finden. Oder muss das immer hart neu erarbeitet werden? Oder sagen, die habe ich auch in meinem Plattenschrank und da mache ich gerne mit? Man fängt ja eigentlich mit jedem Album von vorne an. Eigentlich bin ich ja, wenn ein Album veröffentlicht wurde und die Tour geht zu Ende, bin ich ja erstmal arbeitslos, wenn man so will. Es gibt ja nichts zu tun. Ich muss mir selber, oder ich darf mir ja besser gesagt, ich darf mir selber überlegen, was mache ich denn als nächstes? Es gibt ja keinen Zwang auf der einen Seite und aber auch kein Rezept auf der anderen Seite. Ich muss ja selbst festlegen, wie der Weg jetzt weiterführt. Und als dann der Weg doch für dieses Album Opus in Richtung Klassik geführt hat, habe ich natürlich auch überlegt, mit wem ich da vielleicht zusammenarbeiten könnte und wer mir helfen könnte dabei. Denn diese Kollaboration, die es auch bisher ja auf allen Schiller Album schon gegeben hat, ist ja eigentlich mehr eine gegenseitige Hilfestellung. Denn der musikalische Gast, ob er nun singt oder ein Instrument spielt, ist dabei nicht entscheidend. Kann etwas, was ich nicht kann und andersrum. Sodass, wenn ich jetzt für Opus zum Beispiel Anna an die Trebko frage, ob sie Lust hat mitzumachen, ist das natürlich erstmal, wie immer bei jeder Künstleranfrage, so ein Ritt ins Ungewisse. Gerade bei jemandem, der in einer völlig anderen Genre-Welt verankert ist, wie Anna an die Trebko als wirklich Sopranistin von, man darf es wohl sagen, doch so von Weltruf. Da ist natürlich dann die Anfrage von einem Berliner Elektroniker an sich ja schon, kann man ja schon frech finden. Denn sie hat noch nie etwas anderes gemacht, außer Klassik. Und warum sollte sie ausgerechnet sich auf die Schillerinsel wagen? Aber die Tatsache, dass sowohl sie als auch Helene Grimaud oder auch Albrecht Mayer hier von den Berliner Philharmonikern diese Neugier an den Tag gelegt haben, um ihre eigene Klassikwelt auch mal zu verlassen und sich eben auch mal in einer anderen Welt umzusehen, das finde ich sehr bemerkenswert. Es gibt also Instrumentalisten, Solisten, die an einigen Stellen durchfunkeln und es gibt einmal die Anna Netrebko, die dort brilliert per Gesang. Und drumherum gibt es Variationen zu Klassikern, die, wie eben schon gesagt, ja, einfach mal gefunden worden sind von Schiller oder geisterten die auch schon immer drum, weil vorhin klang an, also so der sehr starke Klassik-Kenner als solche ist Schiller nicht. Nein, ich bin kein Klassik-Kenner, aber gleichwohl finde ich es sehr, sehr bemerkenswert, wie stark uns doch diese teilweise ja sehr alten Melodien immer noch berühren. Wenn man sich so etwas anhört, wie die Gymnopädie von Eric Satie oder den Schwansee zum Beispiel, glaube ich, fast das geläufigste Stück auf dem Album oder auch das Sorvex-Lied von Edward Krieg, was man jetzt hört und man auch sofort, aha, das, ja, das habe ich schon mal irgendwo aufgeschnappt. Das sind ja alles Kompositionen, die ja sehr alt sind, die mehrere Generationen überdauert haben. Und die Tatsache, dass aber zum Teil sehr viel mehr auf, sehr viel mehr ausgelöst wird, sehr viel stärkere Emotionen beim Hörer ausgelöst werden, als vielleicht bei einer Komposition vom letzten Sommer. Und also die Halbwertzeit doch eine sehr lange ist bei diesen klassischen Kompositionen. Das ist etwas, was natürlich, ja, was ich sehr respektiere, aber auch sehr neugierig natürlich beäugt habe, um zu gucken, was man daraus machen kann. Zwischen Klassik und der Unterhaltungsmusik oder der Popmusik, da hat es über Jahre ja sehr viele gemeinschaftliche Dinge gegeben, auch hier gerade bei uns in Berlin Klassik Open Air, was übrigens eine Frage auch wäre, wäre das vielleicht fürs nächste Jahr mal ein Thema, dass Schiller dort beim Klassik Open Air auftritt. Also der Zwist zwischen diesen unterschiedlichen Musikarten ist dank Skorpions und Carreras und vielen, vielen anderen ja mittlerweile eigentlich keiner mehr, sondern man ist aufeinander zugegangen. Und auch dieses ist ein neues Beispiel dafür. Die Frage ist aber, nachdem viele Menschen, die elektronische Musik mögen, bislang zu Schiller-Konzerten gegangen sind, könnte da jetzt auch eine Reaktion aus der Klassik kommen, dass Leute sagen, das tue ich mir jetzt auch mal an. Gibt es da schon die ersten Reaktionen? Ja, es gibt schon die erste Reaktionen und erstaunlicherweise ist es so, dass das Album im Klassik-Bereich nicht so polarisiert und nicht so eine starke Zwietracht sät, wie man das vielleicht hätte befürchten können. Denn erstaunlicherweise sind zwar Klassik und Pop oder besser gesagt Klassik und nicht Klassik, sind sich ja schon seit Jahren doch spürbar näher gekommen. Aber dieser Nimbus, dieser Ruf und auch vielleicht dieses Stigma, dass Klassik immer noch elitär sei und immer noch mit einer gewissen Ritualisierung verbunden, dass man also sich immer noch einer gewissen Kleiderordnung zu unterwerfen hat, wenn man also hier in die Philharmonie geht. Das stimmt ja aber jetzt gar nicht mehr. Wenn ich hier in Berlin in eine Disco will oder ins Berghain und ich entsprechend angezogen bin, komme ich nicht rein. Wenn man aber in die Philharmonie will, kommt man natürlich rein im T-Shirt. Man mag sich vielleicht komisch fühlen, weil alle anderen Anzüge anhaben, aber man kann ja da hingehen, weswegen natürlich die Klassik-Welt ja längst nicht so doppelbödig und auch vielleicht mit doppeltem Maß messend ist, wie man es ihr zu Unrecht nachsagt. Aber ich finde, dass gerade elektronische Musik und Klassik sich sehr ähnlich sind sogar, denn beide Stilistiken, beide Genres können sehr dynamisch abarbeiten. Ein Orchester kann ganz leise, kann ganz behutsam nur spielen, vielleicht nur eine ganz leise Streicherlinie und dann kommt der große Orchester einsatz, das große Tutti und man erschreckt sich schon beinahe, weil es auf einmal ganz laut wird. Und in der Elektronik kann man ja auch ganz nuancenreich und ganz feingliedrig arbeiten, wenn man es denn möchte. Und deswegen glaube ich, dass gerade diese beiden Genres eine gute, also von Haus aus erstmal eine gute Disposition haben, um gemeinsame Sachen zu machen. Ja, ich finde, dass es bei so etwas doch eher darum geht, dass im besten Falle ein Eins plus Eins gleich drei dabei rauskommt. Sonst muss man eben bei sich bleiben und sonst braucht man das ja auch gar nicht zu versuchen. Wenn man aber versucht, beide Welten so zusammenzubringen, dass dadurch eine größere Welt entstehen kann, die vielleicht auch etwas mehr ist als die Summe ihrer Teile, dann wäre das auf jeden Fall eine tolle Sache. Man kann sagen, dass ein Projekt, das für die Diskotheken entstanden ist, das war ja Dance-Musik erst einmal, die dort entstanden ist, dass die erwachsen geworden ist und mittlerweile jetzt also die großen, auch klassisch angehauchten Konzertsäle erreicht. Ja, ich weiß gar nicht. Das Erwachsensein ist natürlich, da muss ich dann immer an Tabaluga denken. Ich wollte nie erwachsen sein, denn ich möchte natürlich eigentlich nicht erwachsen sein und ich weiß gar nicht, ob das an einer Zwangsjugendattitüde liegt, die einem ja heutzutage doch sehr aufgedrängt wird oder ob das einfach eine gewisse Chuzpe vor dem Ankommen oder vor dem Vollendetsein ist. Für mich schließt sich ja auch Dance oder Club und Klassik und Pop oder Kautrock gar nicht aus. Ich säge schon sehr lange zwischen den Genres hin und her und wenn ich jetzt gerade ein Klassik-Album mache, heißt das nicht, dass ich nie wieder ein Club-Album oder Club-orientierte Songs machen würde und sagen würde, ich bin jetzt durch damit, weil ich jetzt sehr erwachsen geworden bin und als Erwachsener hört man gefälligst Klassik, also mache ich jetzt auch welche. Sondern das ist etwas, was glaube ich mit der Neugier und mit der Offenheit zu tun hat. Denn ich sehe diese Unterteilung zwischen Klassik und Club ja gar nicht so unbedingt. Dass ich also sagen würde, das eine ist Erwachsen, das andere nicht. Es ist einfach anders und Klassik ist ein Genre von vielen. Und ja, vor drei Jahren habe ich mit Jacke Liebezeit von Cannes zusammengearbeitet, dem Schlagzeuger von Cannes, der einen sehr minimalistischen, sehr zurückgenommenen Schlagzeugstil pflegt mittlerweile. Wo man schon fast sagen würde, mach doch mal ein bisschen mehr. Das ist ja, mach doch mal ein bisschen, geh doch mal aus dir raus bitte. Aber genau dieses immer so unter der Grenze sein, das ist sein Stil und das finde ich sehr beeindruckend. Auch wenn es eigentlich eine völlig andere musikalische Welt ist, als die, aus der ich komme. Und das ist für mich aber genauso berührend und genauso beeindruckend, wie jetzt beim jüngsten Album Anna Netrebko, die ja nun sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr barock und sehr episch sich ausdrückt. Aber trotzdem, wenn man sie entsprechend in den Kontext versucht einzuweben, also in den elektronischen Schiller-Kontext einwebt, auch dort ihr Zuhause finden kann. Ja, was ist denn nun, wenn es live irgendwie auf die Bühne geht? Wer übernimmt denn jetzt den Anna Netrebko-Part? Ja, wenn wir auf Tour gehen, wird den wahrscheinlich erstmal niemand übernehmen, denn so einen Part wie den von ihr, den kann man nicht so einfach, den kann man glaube ich nicht so einfach irgendwo hin delegieren oder jemanden bitten, mach du das doch jetzt bitte mal. Weswegen vermutlich ihre Performance oder der Song, den wir gemeinsam gemacht haben, jetzt für Opus auf der kommenden Tour erstmal brach liegen wird. Aber wir versuchen... Als Hologramm vielleicht sie erscheinen lassen? Als Hologramm, das wäre noch eine Überlegung. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen bis zum 12. November. Da spielen wir in der Philharmonie in Berlin, zum ersten Mal in der Philharmonie, aber rein elektronisch. Wir haben also, fangen jetzt demnächst mit den Proben dafür an, für die ganze Tour. Es wird also eine reine Elektronik-Tour werden, die auch einige Songs, einige Titel von Opus beinhalten wird, aber natürlich auch viele Songs aus den letzten Jahren von Schiller. Und ja, das wird sehr spannend werden, weil wir natürlich auch, wir haben vor zwei Jahren angefangen mit diesen Klangwelten, so nennt sich diese Art der Live-Umsetzung, rein elektronisch-instrumental in Surround-Sound. Und genau diese Möglichkeit, die die Klassik eben auch bietet, haben wir dort auch versucht zu implementieren, indem wir teilweise ganz leise geworden sind und indem man eben ganz, ganz ruhig geworden ist, weil der Sound ja im Prinzip durchs Kabel kommt und wir gar keine klingenden Instrumente auf der Bühne haben. Deswegen kann man das ganz leise machen, um dann im nächsten Moment wirklich den Regler hochzufahren und es wieder ganz laut erklingen zu lassen, um diese Dynamik ja für uns urbar zu machen. An dieser Stelle fällt mir noch eine Frage ein, die ja weniger mit einem bestimmten Projekt zu tun hat, sondern prinzipiell mit der Musik von Schiller. Hat die Medizin zu therapeutischen Zwecken die Musik schon entdeckt? Ich weiß es nicht genau, ob die Medizin als definierte Instanz mit der Musik von Schiller etwas anfangen konnte oder etwas anfangen kann. Aber wir haben gerade vor wenigen Tagen auch hier in Berlin eine große Release-Party gehabt, zu der auch viele Fans gekommen sind, viele Schiller-Fans. Und ich höre es immer wieder, dass Menschen mir erzählen, dass ihnen die Musik durch eine schwere Zeit geholfen hat, sei es privater Natur oder auch gesundheitlich oder emotional. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen. Und das ist natürlich im ersten Moment etwas, womit man, wenn man es denn erfährt, erstmal kurz, da muss man kurz innehalten, weil das natürlich eine persönliche Information ist, auf die man dann nicht gefasst ist und zu der man natürlich auch etwas sagen möchte und auf die man auch natürlich reagieren möchte auf eine bestimmte Art und Weise. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich das seit vielen Jahren immer wieder regelmäßig höre, dass also die Musik scheinbar von vielen Menschen als hilfreich oder als, wie soll man das sagen, als, ich will es nicht sagen heilend, das ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber als emotional hilfreich erfasst wird, spricht doch glaube ich dafür, dass Musik generell, egal welche Musik es nun ist, doch eigentlich das einzige, fast die einzige Kunstform ist, die direkt die Stimmung des Menschen beeinflussen kann. Wir können uns ein Bild ansehen und empfinden dabei etwas, sicherlich. Wir können einen Film ansehen und empfinden etwas. Wir leiden, wir lachen, wir fiebern. Aber als wirklich sofortige Stimmungsabschwächung oder Verstärkung ist doch Musik das einzige Tool, das einzige Werkzeug, das einzige Mittel. Und deswegen bin ich sehr froh und sehr glücklich, dass ich immer noch Musik machen kann. Danke.